Tätig oder untätig sein In einer Hinsicht kann man von mir allerdings mit Recht behaupten, dass ich die Untätigkeit lehre. In einer anderen Hinsicht aber, dass ich die Tätigkeit lehre. In einer Hinsicht kann man mich mit Recht als einen Lehrer der Vernichtung bezeichnen, als einen Verächter, einen Verneiner. In einer anderen Hinsicht aber kann man von mir mit Recht behaupten, dass ich ein Tröster bin, der zur Tröstung das Gesetz verkündet und in diesem Sinne seine Jünger erzieht. Ich nämlich lehre die Nichtausübung eines bösen Wandels in Werken, Worten und Gedanken, die Nichtausübung der mannigfachen, schuldvollen Dinge. In dieser Hinsicht kann man von mir mit Recht behaupten, dass ich die Untätigkeit lehre, dass ich zum Zwecke der Untätigkeit das Gesetz verkünde. Ich lehre die Ausübung des guten Wandels in Werken, Worten und Gedanken, die Ausübung der mannigfachen, verdienstvollen Dinge. In dieser Hinsicht kann man von mir mit Recht behaupten, dass ich die Tätigkeit lehre, dass ich zum Zwecke der Tätigkeit das Gesetz verkünde und in diesem Sinne meine Jünger erziehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017